Das Leben verdichtet in einem Tanz. Es wird gefeiert und gelitten, Menschen finden und verlieren sich. Music for a Wire, ein modernes Tanzstück in Linz. Inspiriert von Henry Purcells gleichnamiger Arie, inszeniert die taiwanesische Choreografin Mai Hong Lin einen Musikabend in vielen Momentaufnahmen. Barocke Musik trifft auf Jazz-Elemente. Ausdrucksstarke Tanz vom Ensemble Larpeggiata. Nächste Vorstellung am 21. November. Untertitelung des ZDF, 2020